Wir haben ja eben einen exotischen Blick auf das wilde Südafrika geworfen. Und das in Zeiten, wo hierzulande viele Menschen von der wohligen Exotik ferner Länder und Menschen nicht viel wissen wollen. Die Angst und die Wut der Rechten hier in Deutschland fußt ja nicht zuletzt auf der Tatsache, dass man die Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, für nicht integrierbar hält. Dabei hat der Austausch zwischen den Kulturen doch bei uns eine jahrzehntelange Tradition. Sprich, ohne viel Federlesens gelingt diese Integration schon sehr lange. Und zwar vor unserer eigenen Haustür. Etwa wenn Studenten aus fernen Kontinenten zu uns kommen. Wir zeigen das jetzt mal an einem Beispiel. Und die junge Frau, um die es da geht, die könnte dabei so oder so ähnlich auch aus Südamerika, aus Sibirien oder dem Mittleren Osten kommen. Es tut gut, mal so richtig aus voller Brust zu singen. Besonders heute, denn Bejar fällt eine Last von den Schultern. Die Last von sechs strammen Jahren zwischen Studium und Job. In einem anfangs fremden Land. Bejar Simeon Nopar, 26 Jahre alt, in ihrer WG-Küche in Sulzbach. Sie ist eine von vielen sogenannten Free-Movern. Junge Menschen, die zum Studium nach Deutschland kommen, weil sie eine bessere Perspektive suchen. Ich habe viele Freunde, die immer noch in Kamerun sind. Die sind mit dem Studium fertig, haben leider keinen Job. Und ja, also es ist überall schwierig, aber in Kamerun noch mehr. Man braucht Netzwerke manchmal. Oder man ist gut ausgebildet und man bekommt einfach keinen Job. Man bleibt zu Hause. Bejar verlässt 2009 ihr Zuhause und studiert BWL. Mit ihren Eltern bleibt sie per Skype in Kontakt. Wenn es geht, sprechen sie sich jeden Tag. Familie, das ist das Stichwort. In meiner Familie liegt meine Stärke. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Geschwister sehr früh nach mir aufgekommen sind. Und wir haben uns immer gegenseitig unterstützt. Das Studium vor allem war sehr schwierig am Anfang. Ich wollte abbrechen. Ich war kurz davor, weil der Druck einfach zu hoch war. Den Leistungsdruck an der Uni lernte sie irgendwann zu bewältigen. Ein unbeschwertes Studium war es trotzdem nicht. Bejahs Eltern konnten ihr nur das Visum bezahlen. Einmal hier angekommen, war sie finanziell auf sich gestellt. Von Anfang an, vom ersten Semester Bachelor schon, hatte ich Kommilitonen, die während der Ferien Praktika gemacht haben. Dort und dort waren mal in den USA, haben das und das gemacht. Und ich musste arbeiten. Es ging um Geld. Ich musste das kommende Semester vorbereiten, und zwar finanziell. Und ich musste Lagerarbeit oder irgendwas anderes machen. Und es fehlte mir diese große Erfahrung. Praktische Erfahrung sammelt Bejar in Saarbrücken, bei der Fairtrade-Initiative der Uni. Dafür verkauft sie regelmäßig faire Produkte oder hält Vorträge. Als Kamerunerin hat sie einen ganz persönlichen Bezug zum fairen Handel. Mein Großvater hatte riesige Kakaoplantagen, als ich noch klein war, die heute leider nicht mehr existieren. Weil die Preise so stark schwanken. Und wenn es tief ist, wenn die Preise tief sind und die Anbauer sich ein Leben nicht mehr leisten können, dann verlassen sie einfach das Geschäft. Und ich finde das super toll, dass Fairtrade einfach mehr Gerechtigkeit bringt. Super, vielen Dank. Nach dem Studium steht für die Free Mover die nächste große Entscheidung an. Wo wollen sie in Zukunft leben? Bejar hat in Kamerun kein Netzwerk. Sie will erst mal hierbleiben. Zum Glück bin ich in Saarbrücken angekommen, würde ich sagen. Ich habe hier tolle Menschen kennengelernt von Stube, von Fairtrade. Und unter denen habe ich mich so wohl gefühlt, dass es nicht mehr um Karriere oder Sozialengagement ging. Es ging einfach um Spaß, um Leidenschaft, was ich machen wollte. Seitdem sie sich weniger Druck macht, läuft alles wie von selbst. Die Masterarbeit ist abgegeben. Für ihre guten Leistungen bekam sie sogar einen Preis. Und ausgerechnet an Weihnachten wurde ihr größter Traum wahr. Eine Stelle bei einer Saarbrücker IT-Beratungsfirma. Die Eltern waren begeistert. Sie haben getanzt. Und zwar auf Skype. Es war so lustig. Ja, sie waren super, super stolz. Alles war... Ich habe sofort meine Schwester angerufen. Sie ist immer die Erste, die ich anrufe. Egal, ob es mir schlecht geht oder auch, wenn es mir gut geht. Und wir haben geschrien am Telefon. Wir konnten das nicht fassen. Ah, es ist jetzt da. Du hast eine Stelle und alles geschaut. Fast zwei Jahre hat sie ihre Eltern nicht gesehen. Nach der Probezeit will Beja sie endlich wieder besuchen. Wenn Kamerun mal zu weit weg ist, findet sie Kraft im Chor der afrikanischen Gemeinde. Und ein Stück zu Hause. Letzte Woche gab es ja sehr begehrte Karten zu gewinnen bei uns hier im Kulturspiegel für das aktuelle Programm von Michael Mittermeier. Und hier sind die Gewinner. Mark Weinand bekommt welche. Gisela Schreiner und Dirk Braun. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß. Das war unsere Sendung für heute. Ab jetzt alles im Internet. SRDE slash Kulturspiegel. Da finden Sie Informationen rund um unsere Themen und die ganze Sendung auch noch mal als Videophile. Ihnen einen schönen Abend hier im SR Fernsehen. Tschüss. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk